Hallihallo, da ist der Guzoa wieder, 1Fix3 ist er dabei, ja, 3000 noch was Pokis, ja, ich mach kein Hehl drum, ist jetzt nicht wirklich der Knüller, aber ich bin ganz soft am gucken, was kann man nehmen und so weiter, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier 6 Stunden hintereinander dran sitze und sage, oh, 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 suchten, suchten, im Bereich Push, ich hatte am Freitagabend, glaube ich, hatte ich mal gepusht und da, äh, geboostet und da ging das eigentlich ganz gut und ist natürlich dann um einiges einfacher, klar, wenn ich halt wirklich sagen kann, gut, okay, was weiß ich, 1,5 Stunden hintereinander kann man halt angreifen, ohne angegriffen zu werden, dann schafft man natürlich viel mehr, klar, ist hier natürlich in dem oberen Bereich, eine ganz andere Geschichte, ganz klar, aber geht auch so ganz gut, ich hatte jetzt wieder, äh, ich hab einen Angriff verkackt heute und dann, äh, hab ich zweimal hintereinander gewonnen, ja, mit der Base, also einer hat mir einfach die, die Pokis gelassen, der wollte runter und ein anderer hat eben hart gefehlt und dann war das ziemlich nice, so, ihr werdet eventuell beim letzten Mal auch gesehen haben, hm, ich hab das ein bisschen anders geschnitten, also ich hab nicht nur dieses, ja, ich, ich sag jetzt mal langweilige hin und her sozusagen drin, sondern wirklich, dass ich gesagt hab, gut, okay, komm, ich will da halt eben wirklich noch ein bisschen mehr Qualität reinbringen, so ist natürlich auch der Plan, jetzt skippe ich natürlich weiter, weil ich auch zusätzlich noch was zu erzählen hab, aber ansonsten wird das rausgeschnitten, dass man das halt wirklich so ein bisschen minimiert und wirklich nur dieses echt interessante Zeug drin hat, hier, ja, warum skippe ich weiter, klar, ich hab jetzt halt wirklich die Infernus noch drin, bzw. wenn der Gegner die Infernus drin hat, will ich da gar nichts machen, ganz ehrlich, sonst hätte ich den auch noch angegriffen, aber ganz ehrlich, mit 8 Pokis lohnt sich das einfach nicht, der muss wirklich ein bisschen höher sein, geil, 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 jeder andere würde jetzt sagen, ja, pass aber auf, ach, ich meine, der hat's auch dumm gemacht hier, ich meine, hier hätte man natürlich richtig schön mit Drachen angreifen können, ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, dass ich das hinbekomme mit, äh, kurz überlegen, mit, mit zwei Sternen, aber gucken wir mal, werden wir mal sehen, was hier geht, erstmal ein bisschen clearen, und dann schicke ich gleich mal die Queen, naja, ist klar, das ist, äh, war jetzt nicht so unvorhersehbar, dass er hier mit Teslas am Start ist, das ist jetzt eine ganz normale Sache, wie gesagt, ihr seht auch hier wirklich, ich verballere echt für den King nichts, also wirklich, ich dachte dann auch, ach, naja, sollte man vielleicht doch beim King noch was machen, vielleicht kann man da was reißen, ich probiere hier jetzt mal mit was genau, wenn die nämlich wirklich so dick hintereinander gestellt sind, fangen die Mauerbrecher nämlich da gar nicht mit an, ah, schade ist natürlich, dass der, äh, Loons hat, ah, da muss ich gucken, dass ich die irgendwie ein bisschen ablenke, und dann, äh, halt wirklich, das so droppe, dass ich das auf der Reihe kriege, weil sonst wäre das eher fail, hier ganz gechillt, so, jetzt kommen die anderen Truppen, hier möchte ich die halt weg haben, und sobald die halt loslegen, aber er hat nur zwei Loons, das geht, und der Drache selber wird mich nicht so doll esplaschen, aber jetzt hau ich trotzdem, ich geh kein Risiko hin, ganz ehrlich, weil bei den Loons ist die Queen so massivst schnell weg, wirklich unterschätzt das bitte nicht ich hatte auch einen Angriff, also ich wurde angegriffen, ich hab verteidigt, äh, ich hatte einen Päcker in der CB, alter, die Queen ging so, also der wollte auch einen Queen Walk machen, hat's aber einfach mal richtig gefailt, und meine Päcker ist angekommen, nicht mein Päcker, sondern meine Päcker ist angekommen, und hat ihn wirklich so gebumst sorry für den Wortlaut, aber es ist einfach so gewesen, wirklich ein Hit, bam, war das Ding weg, das Mädel, und fertig ich dachte nur, ich lag lachend daneben, wirklich, also ich fand das ja so episch, und mal gucken, was hier mit Farid abgeht, in Company of Heroes Wirsat mag mit der Kombination gar nicht so verkehrt laufen, aber es kommt halt einmal der Richtige, in dem Fall war ich das, und zieht ihm einfach mal die Hosen aus, dem Farid, und das ist halt der Fall, und da sag ich mir lieber, hey, hab ich lieber meine Base, die ich mir selber gebastelt habe, nicht hier so eine Troll Base, wie auch immer, die wird garantiert auch richtig geil laufen, muss ich sagen, also ich will jetzt hier nicht sagen, oh, was hat der Farid hier gemacht, äh, ist ja dann dumm, nein, kann ich wirklich nicht sagen, ähm, aber Fakt ist halt wirklich die, die Sache, ich bin mit meiner Sache gar nicht so verkehrt gelaufen, fand ich ziemlich cool, und deswegen würde ich das auch weiterhin machen, so jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein, ja, das passt aber, easy, easy peasy, ja, komm, hier, brechen wir ab, ein bisschen Zeit haben wir, eh, die kann sich regenerieren, 27 Pokis ist natürlich viel besser, als wenn ich da irgendwie einen angreife, und gerade so den einen Stern bekomme, dann ist das natürlich klar, musste ich mir ganz ehrlich auch wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass man halt wirklich gucken muss, schau dir die Pokis an, die waren mir ja wirklich die ganze Zeit total Banane, und dann stehst du da und denkst dir, hm, ja, ein paar Pokis wären natürlich auch nicht schlecht, skippe ich euch wieder raus, bloß, dass ihr halt eben wieder wisst, was geht, ähm, genau, ihr habt es jetzt gerade selber gesehen, ach, habe ich den sogar schon auf drei, boah, ich komme so durcheinander, weil ich auf dem anderen habe ich ihn jetzt auf zwei gerade im Upgrade, genau, und hier auf drei, äh, ihr habt es gerade gesehen, ich, dann würde ich nochmal kurz reinschauen, weil das schon echt massivst gut läuft, mit dem, mit dem, äh, mit den Zaubern, mit dem, mit dem Gift, halt wirklich, wenn man wirklich einen Bereich hat, wo man weiß, gut, okay, die Gegner bleiben dann dort hat, hundertprozentig, dann kann man hier einfach sagen, gut, okay, gedroppt, weil, was bringt mir der ganze Spaß, wenn ich halt sage, gut, okay, komm, ich droppe das hier oben beim, beim King, und dann wird das schon was, hier weiß ich doch, meine Queen wird nicht down gehen, so, also kann ich ganz gechillt, hier, noch passiert hier gar nichts, wir haben hier einfache Verschwinden, äh, Geschwindigkeit, so, jetzt tackelt natürlich die Queen auch ein bisschen los, so, jetzt merkt man schon die Loons, zack, und der hat schon, der hat schon nur noch die Hälfte, und dann kann die Queen natürlich loslegen, einwandfrei, also das, das passt, wie gesagt, jetzt bin ich, äh, bereit dazu, beziehungsweise, äh, freue mich natürlich drauf, wenn ich meine Queen dann auch nochmal zusätzlich upgraden könnte, wird aber höchstwahrscheinlich in dem Bereich, wo ich oben rum hopse, nicht passieren, weil dann verschieße ich ja mein letztes Pulver, was ich habe, ähm, weil ich halt mit der Queen arbeiten möchte, ganz klare Geschichte, greift nur noch mit GoHawk an, so, ähm, und deswegen ist das erst mal nur nach dem Poki-Jagen, also wie gesagt, ich möchte das nicht als, als Poki-Jagd sehen, also weil sonst das, oh, weiter, 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 für mich, ja, gucken wir, gucken wir, ist jetzt nicht so dieses Ultra, oh, jetzt wieder ein Pokal höher oder 10 oder wie auch immer, Golem, nee, kriege ich leider nicht hin, aber dann wisst ihr Bescheid, wie gesagt, es gibt jetzt wieder einen Skip, dass es eben nicht so sich übel in die Länge zieht oder sowas und dann ist das richtig cool, ich hoffe, das gefällt euch besser mit diesem, ja, mit der Aufteilung, bis gleich. So, und da bin ich wieder, ja, äh, diese Jax war mit mir am Start, aber der ist jetzt gerade am Futtern und somit, wenn der reinkommen sollte, dann werdet ihr das merken. Hier, ich habe nochmal 10 Pokis gemacht, das war richtig cool, das war ja der letzte hier mit den 27, den haben wir ja gesehen und danach habe ich nochmal einen jetzt gerade gefunden mit 10, war mega nice, gucken wir nochmal kurz rein und dann soll es das auch gewesen sein. Hier natürlich schön, Queen gedroppt, alles easy, alles schön und dann seht ihr gleich, dass ich richtig, äh, warte, 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 diese Jax, ich bin in der Aufnahme, kannst du ja reingucken. So, Leute, was geht? Ja, diese Jax sieht es jetzt nämlich auch, also Queen gedroppt und dann dachte ich mir, ah, gut, okay, alles easy, alles schön, droppst mal ein paar Babaren und habe natürlich damit alle Teslas ausgelöst, ganz genau und sehe dann, oh, ja, okay, kommt ein fetter Golem noch und ich dachte aber auch, ah, naja, so viel kann er dir ja auch nicht tun, aber der hat doch schon ganz schön reingesplasht und ich wollte es halt einfach nicht ausnutzen beziehungsweise nicht riskieren, guckt mal, wie er jetzt doch noch reinballert. Also das wird echt Klo, Alter. Ja, ja, und dann dachte ich auch, gut, okay, komm, und dann dachte ich mir jetzt, jetzt hier noch übelst die Boogies gedroppt und die haben dann richtig, ja, die haben dann richtig gesplasht, ganz klare Sache und dann dachte ich halt eben auch, gut, okay, du hast jetzt noch zwei Minuten, Rathos ist gleich down, hier hat er auch noch Bomben gehabt und dachte mir auch, gut, okay, lässt es jetzt dabei, aber eigentlich war er ja so in Anführungsstrichen gemein, es war ja schon ein Troll, kann man ja so sagen, oder? Was sagst du dieses? Ja, ja. So, das war ja schon ein Troll. So, und dann hat er auch verdient, ins Gesicht zu bekommen und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, komm, die fünf Pokys nimmst du halt einfach noch mit. Ich mache mal ein bisschen schneller hier und dann halt eben draußen noch gleich angefangen, hier draußen die CB zu setzen, dass ich halt dann noch ein paar tote Gebäude mitgenommen habe, weil hier hat er natürlich richtig viel Tod gehabt und dann lief das eigentlich ganz nice, dann halt noch rein und dann habe ich geguckt, dachte mir, oh, komm, noch ein Rage, dass es von der Zeit her passt und dann zack, hatte ich die 50 Prozent, das war nice und immerhin, ich sage mal, wie gesagt, man muss halt wirklich gucken gerade, ah, wie sieht es aus, kriegt man halbwegs Pokys oder nicht und dann, ich brauche Verstärkung. Also das mit dieser Heiler-Taktik, mit der Queen funktioniert aber doch schon echt gut, oder was? Ja, klar, also du kommst grundsätzlich halt, aber nur in Townhall 9. Klar, Townhall 10 mit Inferno, da hast du keine Chance. Ja, gut, gegen Inferno, aber da heilen die Heiler auch nicht. Genau, darum geht es ja. Genau, darum geht es ja. Da machst du da nix. Du müsstest halt theoretisch dann die Queen auf 30 haben, denke ich mal, dann im Rage und dann noch zusätzlich einen ganz normalen Rage-Spell und dann würdest du in Inferno knacken und dann würden ja auch wieder die Heiler heilen. Aber da musst du dann halt richtig gut losgehen, sage ich mal. Okay. So, das müsste jetzt mein, ich gucke mal gerade, ja, mein neues Poki-High. Okay, damit soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach wirklich mal ein bisschen kompakter, ein bisschen besser zusammengeschnitten, dass ihr dann nicht immer dieses Skippen habt und so weiter und so fort. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das wäre eine coole Nummer. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr beim Deezayax natürlich auch vorbeischauen und dann ist das schick. Ich wünsche euch was. Haut rein, ciao, ciao.